...verfahren gegen die NPD einzuleiten und soeben haben sich auch die Ministerpräsidenten einstimmig dafür ausgesprochen. Ich bin der tiefen Überzeugung, auch mit Blick auf das heutige Verhalten der NPD im Landtag, dass dieses Verbotsverfahren berechtigt und geboten ist. Vor dem Hintergrund des Verbotsverfahrens wird die Absurdität des vorliegenden Antrags der NPD vollends deutlich. Scheinheilig versucht die NPD, auf eine angebliche Gefährdungslage hinzuweisen. Dabei stellt sich doch immer mehr heraus, dass die NPD selbst eine Gefährdung für unser Gemeinwesen ist. Die NPD ruft mit diesem Antrag heuchlerisch, haltet den Dieb, während auf der Grundlage ihrer Ideologie Stolpersteine in Kreiswald und Satznitz gestohlen werden, während eine Gedenktafel am Rostocker Rathaus zur Erinnerung an das Pogrom in Lichtenhagen 1992 entwendet wird, während jüdische Friedhöfe geschändet werden, während Jugendliche angegriffen werden, weil sie lange Haare haben, während Wahlkreisbüros demokratischer Parteien attackiert werden. Die NPD ruft heuchlerisch, haltet den Dieb, während sich in ihren Reihen verurteilte Straftäter und mutmaßliche Terrorhelfer tummeln. Wenn es denn im Osten unseres Bundeslandes ein erhöhtes Sicherheitsproblem gibt, dann geht das sicherlich nicht vom Grenzverkehr aus, sondern vielmehr von den braunen Horden und Kameradschaften, mit denen die NPD untrennbar verwachsen ist. Der Antrag ist auch deswegen heuchlerisch, weil er angeblich die Besorgnisse der Bevölkerung ernst nehmen will. In Wahrheit instrumentalisiert und missbraucht die rechte Heuchlerfront aber die Sorgen der Menschen für ihre niederen Zwecke. Die NPD sucht nicht nach echten Lösungen. Die Sorgen der Menschen interessieren sie einen Dreck. Sie will nur gegen unsere Nachbarn in Polen und gegen offene Grenzen hetzen. Und damit reiht sich der vorliegende Antrag in eine lange Reihe von Hetzanträgen ein, mit denen die NPD wiederholt unter Beweis stellt, dass ihr der Parlamentarismus nur als Zweck, nur als Bühne für ihre Hetzkampagnen dient. An den Stärken und Instrumenten des Parlamentarismus, nämlich am Austausch von Argumenten, an der gemeinsamen Suche nach Lösungen, am Ringen um die besten Konzepte in den Ausschüssen, an diesen Stärken und Instrumenten des Parlamentarismus hat die NPD kein Interesse. Und damit ist und bleibt sie ein Fremdkörper in unserer Demokratie. Meine Damen und Herren, ich sagte es bereits, sie gefährdet die Demokratie, die NPD, weil sie die parlamentarischen Mittel und Instrumente korrumpiert. Sie will nur hetzen, verleumden, verängstigen und verunsichern. Wir sehen das Tag für Tag. Sehen wir uns diesen heuchlerischen Antrag diesbezüglich auch nochmals genauer an. Unter Punkt 1 wird behauptet, dass die infolge der Grenzöffnung zu Polen und Tschechien ausgeuferte Kriminalität zu ernstzunehmenden Besorgnissen in der Bevölkerung geführt habe. Ich frage mich, was die NPD eigentlich unter einer ausgeuferten Kriminalität versteht. In Wirklichkeit ist die Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern auch nach dem Schengen-Beitritt Polens im Jahr 2007 und den in diesem Zusammenhang weggefallen stationären Grenzkontrollen nicht gestiegen. Die jährliche Fallzahl der in der polizeilichen Kriminalstatistik registrierten Straftaten nahm vielmehr ab. 2008 minus 2,4 Prozent zum Vorjahr, 2009 minus 6,1 Prozent, 2010 minus 6,3 Prozent, 2011 minus 0,8 Prozent. Die Straftaten gehen zurück. Und meine Damen und Herren, hierfür gebührt der Polizei ein ganz besonderer Dank des Landtages. Diese Entwicklung trifft grundsätzlich auch für die Entwicklung der Straftaten in der Grenzregion zu. Ich sprach ja eben gerade über ganz Mecklenburg-Vorpommern. Im Landkreis Vorpommern-Kreiswald nahm die Straftaten im Mittel ab. 2008 minus 3,3 Prozent, 2009 minus 6,6 Prozent, 2010 stieg die Zahl ausnahmsweise um 1,7 Prozent an, 2011 fiel sie wieder um 0,6 Prozent. Neben dieser positiven Entwicklung gibt es territorial und Straftaten spezifische Besonderheiten in der Grenzregion, die sich auch in den Besorgnissen der dort wohnenden Bevölkerung widerspiegeln. Wir nehmen diese Besorgnisse sehr ernst. Dieses gilt beispielsweise für den Bereich der Kfz-Diebstähle. Die Entwicklung der Kfz-Diebstähle ist in Mecklenburg-Vorpommern von 2007 bis 2009 rückläufig. Ab 2010 ist die Fallzahl zwar wieder gestiegen, wobei die Zahl von 2011 aber immer noch unter dem Niveau von 2007 liegt. Die Zahl der Autodiebstähle ist heute also mit offenen Grenzen kleiner als zu Zeiten, als die Grenzen noch geschlossen waren. Das muss man sich erst mal verdeutlichen. Das muss man wahrnehmen. Die Zahl der Autodiebstähle, schauen Sie sich mal Ihre kleine Anfrage an, schauen Sie sich die mal genau an. Die Zahl der Autodiebstähle in der Grenzregion steigt in der Tat in den letzten zwei Jahren an. Das will ich einräumen. Aber kann das auf das Schengen-Abkommen zurückgeführt werden? Nach der Grenzöffnung 2007 sank die Zahl in der Grenzregion bis 2009 und stieg dann wieder in den Jahren 2010 und 2011 auf das Niveau von 2007. Hier müssen scheinbar auch andere Gründe vorliegen, denn nach der Öffnung der Grenze sank die Zahl ja der Autodiebstähle erst einmal in der Region. Und diesen Gründen müssen wir nachgehen, anstatt mit einfachen Lösungen, mit Stammtischparolen hier die Bevölkerung aufzuhetzen. Meine Damen und Herren, die Erweiterung der Europäischen Union sowie des Schengen-Raumes und zuletzt der Wegfall der stationären Grenzkontrollen haben dazu geführt, dass nationale Grenzen ihre bisherige Bedeutung als Trennlinien zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verloren haben. Die damit gewonnene Freizügigkeit hat dazu beigetragen, dass sich die Menschen immer mehr annähern. Es sind vielfältige Kontakte auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene geknüpft worden. Dass die NPD von diesen Kontakten nicht profitiert, das wissen wir alle und deswegen wissen wir auch, warum sie diesen Antrag hier stellt. Dies ist ein hohes gemeinsames Gut, das auch durch den am 15. März 2006 durch das Europäische Parlament und den Rat beschlossenen Schengener Grenzkodex geschützt wird. Danach dürfen durch einen Mitgliedstaat an den Binnengrenzen nur bei einer schwerwiegenden Bedrohung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit Grenzkontrollen vorübergehend eingerichtet werden. Von einer dieser Maßnahme rechtfertigenden Lage sind wir aber weit, weit, weit entfernt. Und deswegen schauen Sie sich Ihre Kleine Anfrage nochmal an. Diese Zahlen geben das nicht her. Da sollte sich die NPD, wie gesagt, Ihre Kleine Anfrage auf der Drucksache 6-1172, Sie hatten sie eben gerade schon zitiert, diese Zahl genau anschauen. Die nüchternen Zahlen legen wirklich nahe, dass uns eine schwerwiegende Bedrohung der öffentlichen Ordnung nicht ins Haus steht. Im Übrigen erkennt man in der Antwort zur Kleinen Anfrage der NPD auch deutlich, dass nach wie vor die übergroße Mehrheit der Straftaten, auch die des Kfz-Diebstahls, durch deutsche Tatverdächtige begangen wird. Meine Damen und Herren, wir demokratischen Fraktionen nehmen die Besorgnisse der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Polizei, Innenministerium, die Bundesländer und die demokratischen Fraktionen suchen nach Lösungen, die den Bürgerinnen und Bürgern wirklich helfen. Wir haben uns der Problematik seit langer Zeit angenommen und wir missbrauchen die Sorgen der Menschen nicht für Hetzkampagnen und zur Befriedigung nationalistischer Wahnvorstellungen. Deswegen lehnen wir den heuchlerischen, einfach gestrickten, einfach zu durchschauenden Antrag der NPD ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus